Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Werbung in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Unser Kinderbuch ist im Inselverlag erschienen. Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Joganaut. Hier in diesem Kanal geht es seit 2011 um Ideologiekritik und mitunter ging es auch um Kinderfilme. Ritter Rost Teil 2, Paw Patrol, Bibi und Tina. Und es zeigte sich doch, wie stark diese Filme Ideologie verbreiten, wie stark sie manipulativ vorgehen, wie sehr da beispielsweise eine Eigentumsordnung, die durchaus nicht im Interesse aller ist, als naturgegeben verkauft wird. Und dies war unter anderem anders für uns zu sagen, man muss einmal ein ideologiekritisches Kinderbuch schreiben. Und am besten ein Kinderbuch, von dem nicht nur die Kinder etwas lernen können, sondern durchaus auch die Erwachsenen. Denn Kinder haben ja den großen Vorteil, dass sie noch nicht so lange ideologisch indoktriniert wurden, dass sie das alles schon für naturgegeben halten. Bei Erwachsenen sieht das ja häufig anders aus. Und so haben Ole und ich uns hingesetzt und haben uns eine Abenteuergeschichte ausgedacht. Diese Geschichte spielt auf der fiktiven Insel Feudalia. Dort sind die Kinder, Carlo und Rosa, unterwegs. Sie gehen oft in den Wald. Dort sammeln sie Holz, das abgefallen ist, tragen es nach Hause. Aber eines Tages wird es ihnen verboten. Dieser Wald soll in Teilen abgeholzt werden. Die Königin hat nicht nur das vor, sondern sie möchte auch eine Verstädterung der Bevölkerung vorantreiben. Ja, sie möchte eine Industrie aufbauen und sie kooperiert dabei mit der Nachbarinsel Capitalia. Plötzlich ändert sich das gesamte Leben von Carl und Rosa. Und plötzlich haben sie viele neue Freiheiten, aber auch viele neue Kämpfe zu kämpfen. Und so entrollt sich dann eine Abenteuergeschichte, die auf zwei Inseln spielt, die nicht nur spannend versucht, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären, sondern auch versucht, anders über die Gesellschaft und das miteinander nachzudenken. Wir freuen uns sehr, dass dieses Buch jetzt endlich erschienen ist. Wir freuen uns auch darüber, dass Nick Martin Sternitzke so wunderbare Illustrationen zu diesem Buch gestaltet hat. Illustrationen, die das Buch sehr bereichern. 270 Seiten lang ist diese Geschichte, die sich an Kinder wendet, aber auch für Erwachsene sicherlich interessant sein wird. Wir freuen uns, wenn das Buch bestellt wird. Es ist jetzt überall erhältlich im lokalen Buchhandel und selbstverständlich auch online. Wir hoffen, dass alle viel Freude beim Lesen haben und dabei nicht nur schauen, sondern auch sehen. Wir sehen uns, wenn wir uns nächsten Mal sehen. Wir sehen uns, wenn wir uns sehrenziell 바� runen und sie möglich. Wenn wir uns sehr Kafe und das Buch wiederholfen, dann müssen wir uns ganz einfach